Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sims 4. Kleine Vorankündigung, es wird eine Großfamilie. Also es war jetzt eigentlich sehr still. Die letzten, glaube ich, zwei Wochen war es sehr still auf dem Kanal und das tut mir auch verdammt leid. Wir haben einiges geändert. Also ich habe einiges geändert, weil ich ja jetzt alleine bin. Und deswegen wird es jetzt auch erstmal nur Solo-Let's Plays geben, mit mir alleine. Ich werde jetzt erstmal mit Sims anfangen, werde zwischendrin nochmal andere Let's Plays mit reinbringen, wo ich noch nicht ganz weiß, welche. Ich ändere gerade ein bisschen die Technik, den PC, den Arbeitsspeicher und alles, damit das alles viel, viel besser läuft. Und wollte euch das jetzt halt einfach vorher mal sagen und mich dafür entschuldigen, dass es jetzt die ganze Zeit so ruhig war. Und dass das Seven Days Let's Play einfach so abrupt aufgehört hat, das hat verschiedene Gründe, die jetzt nicht gravierend sind und auch nicht schlimm und auch nicht echt angreifend oder so. Aber es hat halt aufgehört. Ja, und heute fange ich an, euch meinen eigenen Traum zu enthüllen. Und wie gesagt, es wird eine Menge Sims geben. Eine Menge Sims geben. Angefangen mit meinen Beziehungen, also mit meiner Familie, über eine andere Familie und noch eine Familie, die auf einem Grundstück wohnen werden, also drei verschiedene Familien auf einem Grundstück. Und das wird witzig. Das wird verdammt witzig. So, fangen wir an mit meinem Freund. Was sein Bestreben ist. Ganz klar. Ein Herrenhausberon? Nee. Okay. Das passt alles irgendwie nicht so nah gut, das. Hm, das auch nicht. Das auf jeden Fall. Oh, Gott sei Dank. Er ist gesellig. Auf jeden Fall. Gut. Wir fangen an. Ist ein bisschen weniger. Ist ein bisschen mehr. Erstmal alles ausziehen hier, damit ich das alles besser hinkriege. so, er ist blond. Ja, schade, dass es hier nicht so eine Zwischenart dazwischen gibt, so. So, so zwischen dem, so. So dazwischen. Er hat auch kein Feuerbart. Hey. Ja. Und das haut hin. Das passt irgendwie nicht mehr da. So. Damit fangen wir an. Kann natürlich auch sein, dass ich gleich einfach mal kurz aufhöre, damit ich die nächsten machen kann und dann weitermache. und, weil sobald mir Ideen kommen, dass ich dann weitermachen kann. Kann man die größer machen? Nee, ne? Fünfe größere Füße. Gib mir mal seine Hände. Ich will seine Hände. Gut, gucken wir nach den Haaren. Dieser persönliche Traum, also den ich da habe, der hat sich jetzt schon seit ein bisschen längerem hat er sich bei mir in den Kopf reingewühlt. Und, dass ich den gerne umsetzen möchte, weil ich habe zwei allerliebste Freundinnen, die mir halt im Kopf sitzen und mein Traum ist es halt, dass ich mit meinen zwei Freundinnen zusammen auf ein Grundstück wohne und möchte das halt irgendwie jetzt schon mal so ein bisschen bildlich festhalten. damit ich mich an diesen Traum festhalten kann. Das ist halt alles nicht. Das ist halt schwer umzusetzen, so mit meinen zwei Freundinnen auf ein Grundstück zu ziehen. Das ist, also wir wollen ein Riesengrundstück haben mit Garagen und Hallen und dann möchte ich gern einen eigenen Friseursalon für meine Freundinnen haben und halt all das. Das ist halt schwierig umzusetzen. Deswegen möchte ich es jetzt einmal festhalten und euch daran teilhaben lassen, das an meinen Traum. So. Wo sind hier die Jeanshosen? Ja, lach dummer. Ach nee, nee. Ist das eine Jeanshose? Oh, keine Ahnung. Ja, schwarze Socken. So, Tornschuh. Aber irgendwelche Tornschuhe, die ähnlich aussehen. Ja, das sieht doch zumindest schon mal so aus wie mein Freund. Alltags zumindest. Uff. Ich glaube, ich habe meinen Freund noch nie im Anzug gesehen. Ich kleide ihn jetzt einfach so, wie ich denke, wie er aussehen könnte. Ja, natürlich nicht. So. Ja. Oder gehört das zu den Haaren? Warum kann ich das denn nicht ausziehen? Was ist das? Ah, okay. Jetzt erklärt sie es. Wir ziehen ihn jetzt einfach. Was ziehen wir ihm an? Ein schwarzes Oberteil und eine kurze Hose. Oh, zack. Sportklamotten. Schlafen. Ohne Schuhe. Und ohne alles. Und, ähm. Wo haben wir hier? Boxershorts. Ach, schwarze Boxershorts. So. Dü-lü-lü-lü. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Außer, dass ich jetzt wieder da bin und auch es wieder ein bisschen bunter wird auf dem Kanal. Vielleicht nicht mehr so viele Horror-Spiele alleine. Ich bin halt eine kleine Schisser-Buchse, hat man vielleicht schon öfters bemerkt. Aber wie gesagt, es wird ein bisschen bunter und es wird bestimmt auch nochmal Forest geben und all sowas. Und ich gucke, dass ich vielleicht auch nicht alleine spiele. Ich habe schon was geplant in ein paar Wochen, weil das gerade ein bisschen verhindert wurde, da ein Bekannter von mir ist jetzt auf Reha und er wollte eigentlich mit mir eine neue Serie anfangen, also eine Forest-Serie. Aber das hat sich leider ein bisschen verschoben. Er hat keinen Nasen-Piercing, er hat auch keine Ohrringe. Ich will nicht in die Detail-Bearbeitung so. So. Der würde auch niemals solche Schuhe anziehen. Im Winter trägt er solche Schuhe. So. Und keine Ringe. So weit sind wir dann doch noch nicht. Ich werde niemals heiraten. Das habe ich schon mal gesagt. Ich werde niemals heiraten. So. Haben wir schon mal ihn. So. Dann komme ich. Ich weiß jetzt schon, dass ich komplett überfordert sein werde mit so viel Sims. was wäre ich denn? Ja, meine Familie, ne? Ich möchte gerne eine super Mutter werden. Eigentlich auch nicht. das ist falsch. Ich möchte ganz viel Liebe versprühen. Oder ganz viel Essen. das ist eigentlich auch falsch. Hm. Wir bleiben bei der Familie. Ich bleibe bei meiner super Mutter. Also, ich bin eigentlich sehr freundlich. äh. Ja, mag Musik. Ich kann zwar nicht singen, aber ich mag Musik. Und bin Familienbewusst. So, jetzt gucken wir uns mal. So. Auch wieder einmal komplett ausziehen, bitte. Danke. So. Schwarze Haare habe ich im Moment. Das ist richtig. Meistens habe ich einen Topf oder lange Haare und Käppi. Obwohl die Haare mir eigentlich auch ganz gut gefallen, ne? Ich habe große blaue Augen. So. Blau auch nicht. Aber so. Oder vielleicht so. Ja, so. So. Ja, gut. Aber wie gesagt, die Haare gefallen mir, aber das bin ich. Die gefallen mir auch. Ja, bei Sims gehört immer noch ein bisschen Kreativität dazu, ne? Aber ich möchte es ja schon so maßgetreu wie möglich. Wie es möglich ist mit der Standard Sims 4 Ausrüstung ist. Ja, das hört eigentlich ganz gut hin. Ein bisschen so. Ein bisschen so. Ein bisschen so. Ein bisschen so. Ja, Tattoos. Ich habe ein großes auf der linken Wade. Sprich Es gibt gar nicht so eins in der Art. Ach komm, wir symbolisieren das damit, dass ich eins auf der linken Wade habe. So, dann habe ich auf dem rechten linken Arm und auf dem rechten Arm eigentlich. Aber auf dem Unterarm. So, auf dem Unterarm habe ich was und auf dem Unterarm habe ich was. Rücken und vorne habe ich nichts. Gut. Piercings habe ich auch. Und zwar habe ich so eins. Zwar in schwarz, aber okay, das geht. Andere Seite. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken, auf welcher Seite mein Nasenpiercing ist. Hä, warum geht das nicht? Geht nur eins? Jo, tatsächlich. Dann entscheide ich mich für das Septum. Aber das ist mir wichtiger als alles andere. Gut, ich habe Tunnel schwarz auf der Seite. Habe meistens immer eine Kette an. Ich habe das gesehen, hier haben wir eine so in der Art. Hier. in Silber. So, jetzt gucken wir nach Klamotten. Die, 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 so klamottenmäßig. Also entweder habe ich meistens ein T-Shirt an oder ein Hoodie. Oder top. Top. Das ist aber kein Top, das ist ein Body. Ich habe kein Body an. Fühle ich mich eng eng. Ja, das kommt sehr nah. Ich weiß, dass die hier so eine Art Leggings haben. meine Lieblings-Sneaker. sind jetzt weiß mit einer grünen Sohle. Ich liebe diese Schuhe. So, habe auf der linken Seite einen silbernen Ring. Ja, herzlich willkommen, das bin ich. So, Ausgekleider. Trage ich tatsächlich ein Kleid? Also wenn ich ausgehen würde, würde ich ein Kleid tragen. Ich gehe halt nur nicht so viel aus. Liegt vielleicht daran, dass ich Kinder habe. aber so, Leggings, ja, ich habe eine Leggings drunter. Oder halt eine Strumpfhose. Und auf jeden Fall keine Socken. Oh mein Gott. Hm, hohe Schuhe trage ich nicht. Kann sein, dass ich dafür zu dumm bin zum Laufen. Aber kommt, nein. So Haare würde ich mir anders machen. Also entweder würde ich mir einen Zopf machen oder ich würde sie so zur Seite legen. Aber dafür sind die eher zu lang. Oder so einen schicken Zopf. Nein, das passt doch gut. Das sind aber die falschen Ohrringe. Kann doch nicht sein, dass die hier keine Dünnel drin haben. Das ist doch Fake. Das kann doch nicht sein. Und auch meine Kette haben sie nicht. Ja gut. Dann entscheide ich mich dafür, dass ich so eine Kette tragen würde. Und Ohrringe würde ich wahrscheinlich die tragen. Okay, Piercings darf ich anscheinend auch nicht tragen, wenn ich rausgehe. So, Klamotten für Sport. Trage ich ein schwarzes T-Shirt und eine Joggenhose? Jo, passt. Reicht. Schlafen. Das ist immer noch mal eine ganz andere Nummer. Ich bin auf Party nicht schlafen. Gut. Beim Schlafen trage ich immer ein Dutt. Immer. Sonst kann ich nicht schlafen, weil mir die Haare im Gesicht hängen. Hm. Haben die hier sowas in der Art drin? Ich trage keine Schuhe zum Schlafen. So, Partykleidung. So. Jo. Auf jeden Fall mit den Haaren. Nein, ich trage keine Mütze. Wo ist denn die Frisur, die ich eben gerade so toll fand? Da. Ich werde nicht auf eine Party gehen. ich trage immer Badeanzüge mit einer Schwimmshorts. Und Sonnenbrillen mag ich nicht. Ich bin da sehr penibel. Und wieder haben sie meine Kette nicht drin. Gut, dann habe ich halt so. Und ich mache mir meistens einen Zopf, damit mir die Haare nicht nähen. Ja, okay. Okay, Piercings. Oh, ich darf wieder Piercings tragen. Das ist wunderschön. Haben sie meine Ohrringe auch wieder drin? Jo, haben sie. Sehr schön. Ich in Badeklamotten. Geil. So, heiße Tage. Zopf. Definitiv Zopf. Am besten so wenig Schmuck wie möglich. Aber man kann ja Piercings nicht einfach rausnehmen. Sonst wachsen die zu. so. meine Kette. Haben sie meine Kette jetzt wieder dran? Jo, tatsächlich. Cool. Also zwei Gelegenheiten, wo ich meine Kette tragen darf. Finde ich schön. die Bitte Masters nicht. Ich trage keine rohen Schuhe. Und Flipflops auch nicht. So was trage ich oder so was. So, kalte Tage. Trage ich ja meistens einen Mantel. So, und keine hohen Schuhe, nein. Keine Accessoires. Ich trage keine Brille. Manchmal schaut es schon heftig, wie das Sims-Spiel einen Sims generiert. Man macht nicht ein einziges Mal eine Brille rein und dann auf einmal beim Winter hast du eine Brille an. Oder du denkst, hallo, ich habe doch gar keine Brille ausgewählt, die ganze Zeit nicht. Wie kommst du darauf, dass ich dann eine Brille trage? So, im Winter trage ich meistens Handschuhe, auch in Dunkel. Ich mag Dunkel, ich mag Schwarz. So, ich bin auch fertig. Dann kommt Teenager Nummer 1 in weiblich. Ja, was hat sie für ein Bestreben? Das wüsste ich auch gerne. Aber sie mag Tiere. Sie liebt Tiere. So. Ist sehr selbstsicher. Halt, stopp, ich habe noch einen. Und sehr faul. Sie ist sehr faul. Typisch Teenager halt, ne? Ach, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Und sie hat meine blauen Augen. Sie hat blonde Haare. Und lange Haare. Und sie hat so schöne, lange Haare. Ich beneide sie um ihre Haare. Ja, das sieht gut aus. Aber sie hat so dunkelbrauner. Ohrringe hat sie auch. Piercings hat sie noch nicht. Ist das elf? Und so würde ich sie definitiv nicht rauslassen. So gar nicht. Oh, ja, ich weiß. Sie darf sich normal kleiden, wie jedes andere Kind auch. Aber sie ist ein bisschen schlanker. Und hat ein bisschen mehr Kraft. Ja, das sieht auch gut aus. Hosen, Hosen, Hosen. Es wird auf jeden Fall lustig, die ganze Rasselbande jetzt auch herzustellen. Das ist... So. Ist das denn ihr ernst? Wie kommt ihr auf den Hut zu dem Kleid? Ach, ja. Das ist tatsächlich... So ähnlich hat sie ein Kleid getragen. Auf der Hochzeit meiner Cousine. Oha. Hat doch keine Haken-Nase. Hey, was? Okay, das haut hin. Gut, Ohrringe. Aber die Schuhe passen irgendwie so gar nicht dazu. Oh mein Gott. Hat sie eigentlich so große Füße, hat sie nicht. So. 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 So, Sport. schlafen hat seinen Schlafanzug an Puschelhäschen können sie anlassen Party Was die alles wissen wollen Alter, müssen die Schuhe sein Was stimmt denn nicht mit denen? Ach ja, ich lass mich für die Party mal in den Haus und Pissing stechen und dann zieh's wieder aus, weil's... habe So... und was hat sie für einen Beinanzug? Ja, ich glaub, sie hat so einen So, heiße Tage Sie hat immer noch kein Pissing Hat sie nicht Mensch Kalte Tage Jetzt noch so einen Schneeanzug Punkt So, weiße Stiefel Handschuhe Weil sie einen Schneemann bauen kann Punkt Jetzt noch eine Mütze auf Hier sind noch so Bommelmütze Tadaaa Kit Nummer 1 fertig Das ist ein Kind Das ist ein Kind Hoch So Das ist auf jeden Fall sehr Kreativität Also kreativ Wirklich sehr kreativ Und Soft wütend kann andere sonst anstachend werden Wütend, wenn sie zu viel Zeit zum Ziel von Unfug werden Nee Ähm Sind häufig traurig und sie können anderen sonst melancholisch Gedanken mitteilen Wenn sie traurig sind, verbessert sich ihre Kreativität Perfektionistin Beschreibt alles 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 Sie ist wirklich sehr dünn Stopp Wir haben bestimmt das perfekte Kleidchen hier drin Sag ich doch Haben wir Und kleine Prinzessin Schuhe haben wir bestimmt auch noch hier drin Sag ich doch Dazu noch neue schicke Leggings Dazu noch neue schicke Leggings Sie hat lange lange Locken Haben wir hier keine Kringellöckchen drin Die Locken passen irgendwie nicht Das sind zu wenig Locken, die die da darstellen Ähm Ja So Auch sie hat meine Augen Eine Vielen Dank. Ja. Wahrscheinlich dasselbe. Eigentlich wie immer. Also es ist so Hauptbestandteil unseres Kleiderschranks. Es müssen halt immer Prozessenkleider sein. Gut, dafür ändere ich jetzt nichts. Sport. Man fahrt sehr zum Sport an. Ja, ein rosa Top. Das ist nicht rosa, Jasmin. Die Haare waren offen. Ja, sieht aus wie Ronja Räubertochter. Ist egal, es sind Schlafen. So, schlafen. Da zieht sie immer meistens so einen Anzug an. Nacki Füße. Und auch sieht auch wieder Ronja Räubertochter, wenn sie schlafen geht. So, total putzig. Ja, auf einer Party. Haben wir wieder dasselbe Spiel. Wo ist es? Haben wir vielleicht noch ein anderes Prinzesschenkleid hier? Das finde ich immer dasselbe tragen müssen. Ach komm, das geht auch noch. Das kommt eigentlich auch nah dran an dem, was sie eigentlich tagsüber immer trägt. Und immer eine Leggings drunter. Sie achtet immer darauf, dass sie eine Leggings drunter hat. Immer. Ich glaube, ohne würde sie sich komplett unwohl fühlen. So, Badeanzug. Heiße Tage. Da hatte sie jetzt letztens, ja, so ein Mantelchen an. Alter, diese Schuhe. Und Sonnenbrille. Hauptsache Sonnenbrille im Winter. Geht schon. Ja, alles klar. Kind Nummer zwei ist fertig. Jetzt kommt das ganz kleine. Meine Mini-Maus. Heikel. Kleine Unruhestifterin, die oft weinen, Ärger machen, Wutanfälle bekommen. Aufmerksamkeit macht sie glücklich und hilft ihnen, negative Stimmung zu überwinden. Auch nicht wirklich. Unabhängig, engelsleicht, wild. Geistreich und voller Energie. Diese kleinen Kinder lieben es, Dinge zu erkunden und werden energiegeladen. Sie bauen etwas schneller Bewegungsfähigkeit auf. Wenn sie eine Weile nicht draußen waren, werden sie traurig. Neugierige Entdecker. Diese kleinen Kinder bauen etwas schneller Denkfähigkeit auf. Sie sind am glücklichsten, wenn sie etwas lernen und traurig, wenn sie eine Weile nichts gelernt haben. Diese kleinen Kinder lieben es, mit anderen zu kommunizieren. Sie erlernen die Kommunikationsfähigkeit schneller und haben keine Angst vor Fremden. Sie können andere Sims lieb haben. Nein. Ich glaube, das ist neugierig und trifft eigentlich am besten dazu. Was haben die denn mit dir gemacht? Eieiei. 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 Muss das so sein? Eieiei. 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 Leute. Das Gesicht von kleinen Kindern sind rund. Und auch wieder meine Augen. Und sie hat auch so kleine Löckchen. Ja doch. Das ist meine Püppi. Meine Puppi Nella. Und sie fängt schon genauso an wie ihre Schwester. Aber es ist immer Prinzessinkleid, immer Kleidchen tragen und so. Ich kann sie dann immer schon überreden, was anderes anzuziehen. Damit sie nicht allzu ulkig aussieht. So, Alltag. Schlafen. Da hat sie meistens denselben an wie ihre Schwester. So, Party. Wie kommen die jetzt da drauf, dass mein Kind eine Brille trägt? Meine Güte. So, das passt. Das passt auch. Okay, warmes Wetter. Dann eher sowas. Damit der Windelarsch auch reinpasst. So. Meine Familie wäre fertig. So. Ich habe mir das mal. Also, so, das haut auch hin, auf jeden Fall Geek, und ein kleiner Viehfrasse, vorneweg gesagt, ich liebe sie, also, ne, also, so, wir fangen bei den Haaren an und hoffen, dass wir sowas in der Art hier haben, perfekt, also, so gut wie. Ah, nicht die Augen, ich wollte nicht an die Augen. Ich will das Bild ungefähr genau so hinkriegen, wie sie halt auch wirklich ist. So, weißt du, so möchte ich es am liebsten haben, halt genau so, wie sie ist. Jetzt darf ich mich auch wieder entscheiden zwischen Septim- und Nasenpiercing. Aber wir nehmen auch das Septim. Huh. Huh. Und dann. Ich muss das passende finden, ne? Wir machen Bäschminke weiter. Wir machen Bäschminke weiter. Ja, was stimmt denn nicht mit den Augenbrauen, mit den Lidschatten? Warum verschwindet das denn so? Ja, das passt von Alltag her. Ja. 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 überhaupt geht. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte ja schon für jede Familie so einen eigenen Bereich haben. Ich bin echt gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Ob man die so auseinanderhalten kann. Oder ob die trotzdem überall rumlatschen, obwohl ich das gar nicht will. Bin ich echt gespannt, ob das so funktioniert. Ich möchte jetzt auch nicht so diesen Latschen. Winter, Winter, Winter. So. Winter, 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 Winter Nein, nein, das ist auch ein Geek. Alter, die Haare gehen mal gar nicht. Ja, ganz ernsthaft. Dunkelbraun, dunkelbraun. Boah, Alter, ich muss jetzt echt raten. Generell, Körperfarbe ist echt nicht passend. Und ein Tacken heller. Und auch die Haare passen nicht. Wo sind die Geheimratsecken? Ja, passt doch. Adamski. Adlam. Ah. 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 Ach, ja. Ich hab's doch gleich, also. Gleich bin ich durch. Äh, davon hab ich echt null Ahnung. Ich lass das jetzt so. Also ich weiß auf jeden Fall, keine Käppi bei Sport. Sportklamotten lass ich jetzt auch erstmal so. Äh, Schlafklamotten, so. Ich will doch echt nichts falsch machen. Ich zieh mir einfach dasselbe an wie meinem Mann. Weil die beiden sehr gut befreundet sind. Auf jeden Fall hat er keine russer Socken, Mann. Oh mein Gott. Nein. Badehose. Kann ich auch nur aus Erfahrung sprechen. So. Auf jeden Fall nicht die Hose. Ja, kurze schwarze Hose und mein Gott, ein schwarzes T-Shirt. Ich glaub Adam war eigentlich nie kalt. Äh, Adlam. Aber trotzdem bei Sims ist es sehr kalt. Also ziehen wir ihn eine Winterjacke an. So. Ich hab noch zwei Tiere vergessen und zwei einmal die Katze. Kogel. Monster. Äh, die Rasse. Da war ein Maikon mit dran. Das passt eigentlich. Jo. Jo, jo, jo. Die beschützt ihr Territorium auf jeden Fall. Und es ist ein kleiner Viehfraß. Oh, ich kann mehr nicht machen. Oh, wie kacke ist das denn? Oh. Haben wir ganz vergessen. Hoppala. Ich hätte die Beziehung vielleicht vorher mal ändern sollen. Aber das regeln wir alles. Ein Grundstück planiert. Gucken. Vielleicht kann ich demnächst nochmal eine Familie erstellen. Und dazu ziehen lassen. Ähm. Und dann gucken wir einfach in der nächsten Folge weiter, wie wir das machen. So, wir machen auf Pause und ich verabschiede mich von euch und sage bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und teilt mein Glück mit mir und sage somit auf Wiedersehen.